Ja, liebe Studierende, mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für Germanistische Lingüistik und Sprachgeschichte, für die, die mich noch nicht kennen. Ich würde mich ganz gerne heute an Sie wenden mit einigen organisatorischen Details zum Ablauf der Seminare im Wintersemester und würde Sie ganz gerne darauf einstimmen, sodass Sie schon bereits vor dem Lehrveranstaltungsbeginn vorbereitet sind, etwas besser vorbereitet sind auf die Dinge, die da auf Sie zukommen und möchte ganz gerne die Gelegenheit nutzen, alle drei Seminare anzusprechen, also Koloniallinguistik, kognitive Grammatik und neu hinzugekommen jetzt noch die Morphologie, die ich mit übernehme im zweiten und dritten Studienjahr und die Details, die ich Ihnen jetzt vorstelle, hängen alle mit diesen drei Seminaren zusammen und betreffen im Wesentlichen nicht die Vorlesungen zu Reformation und Revolution, sondern stellen einen Eigenblock dar, auf den ich jetzt ganz kurz eingehen möchte. Und zwar haben wir diese drei Seminare im Wintersemester jeweils für Bachelor- und Masterstudierende und für Lehramtsstudierende und ich würde ganz gerne Ihnen zumindest einige Details vorstellen, die zentral sind aus meiner Sicht. Bitte erschrecken Sie nicht, ich habe hier alle Informationen, alle Links zusammengefasst auf dieser einen Seite. Vielleicht ganz kurz, ich biete die Sprechstunde in diesem Semester regulär von 13 bis 14 Uhr an. Das liegt daran, dass das Seminar für Morphologie in der zweiten Doppelstunde am Donnerstag liegt, sodass ich da üblicherweise, habe ich dort meine Sprechstunde liegen, die Sprechstunde nicht stattfinden lassen kann. Ich darf Sie bitten, dass Sie sich alle Informationen und Materialien zu den Seminaren auf den angegebenen Seiten besorgen. Die Präsentation selbst ist als PDF im Beschreibungsbereich zu diesem Video verlinkt und ich verlinke Sie natürlich auch und stelle Sie auch in die Matrixgruppen zu den Seminaren. Das ist das, worum ich Sie vor dem Semester bitten möchte. Bitte, bitte, bitte kommen Sie in die Matrixgruppen zu den Seminaren und beachten Sie, dass Sie nicht nur Web-Clients für die Matrix nutzen können, sondern dass mit Element auch ein Client für iOS und Android zur Verfügung steht, den Sie bitte nutzen möchten. Ihnen dürfte in den letzten Tagen eine E-Mail zugegangen sein, in denen Sie eine Kurzanleitung von Seiten der TU für diesen Client für die mobilen Endgeräte bekommen haben. Bitte, 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 ich möchte keine Rückmeldungen derart bekommen, dass jemand sagt, ich habe keine Lust in die Matrix zu gehen und bitte unterrichten Sie mich doch über Opal oder über E-Mail oder sonst irgendwas. Die Kommunikation über den Messenger funktioniert tadellos, reibungslos, ist sehr schnell, akkurat und vor allen Dingen sind Sie adressierbar. Und bitte nutzen Sie dieses zeitgemäße Medium, um zu kommunizieren. Die Kontaktdaten zu allen Mitarbeiterinnen an unserem Lehrstuhl finden Sie ebenfalls an der angegebenen Adresse. Bitte machen Sie davon Gebrauch, so Sie es nutzen müssen. So, wie wird das Seminar aufgebaut sein? Im Wesentlichen gibt es asynchrone Bestandteile und synchrone Bestandteile. Zu den asynchronen Bestandteilen gehören Input-Videos und Audio-Inputs, die ich Ihnen über YouTube zur Verfügung stelle und mal schauen, wie sich die Lage entwickelt, wie für die Vorlesung vielleicht über Spotify. Das müssen wir einfach mal sehen. Aber hier werden Sie tatsächlich alle Inhalte zum Seminar sehen können. Zentrale Anlaufstelle für Sie sollte immer der Blog-Eintrag zum Seminar sein. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, denn dort sind tatsächlich alle Inhalte verlinkt hier in diesen, auf diesen Seiten zum Material. Dann Chat-Synchron und Videokonferenz ebenfalls synchron. Ich setze im Chat-System auf Matrix und Videokonferenz von Fall zu Fall auf hier unterschiedliche Tools. Darauf kann ich aber noch gleich zu sprechen. Dies vor allen Dingen für die Diskussion im Seminar relevant. Auch hier sollten Sie sich mit dem gängigen System auskennen. Also BigBlueButton und GoToMeeting kommen bei mir von den offiziellen Lösungen zum Einsatz. Bisweilen neige ich dazu, zum Beispiel auch Google Hangouts Meet zu benutzen. Das ist im Wesentlichen mit Zoom vergleichbar, nicht identisch, aber vergleichbar. Und für Kleingruppenkommunikationen können Sie Jitsi verwenden, das in Matrix implementiert ist. Und experimentell würde ich sehr gerne einsetzen Wunder alias Your Tribe, um in Kleingruppen zu kommunizieren. Und was dafür notwendig ist, werde ich Ihnen gleich noch erläutern. Wie werden die Seminare aufgebaut sein? Vielleicht ganz kurz. Am Anfang wird ein thematischer Input stehen. Sie wissen ja, dass das Semester verkürzt ist, also wir zwei Wochen weniger Vorlesungszeit haben. Am Anfang wird ein thematischer Input stehen, um Sie abzuholen. Das zweite ist eine Erarbeitungsphase, in der Sie selbst gewählte Themen in Kleingruppen erarbeiten, um Sie anschließend zu präsentieren. Damit Ihnen das gut gelingt, wird parallel dazu ein großer Block des Seminars reserviert sein, dafür, dass ich Sie in technische Präsentationstechniken einführe, die Sie dann im Seminar und darüber hinaus hoffentlich nutzen können. Und die letzte Phase dient der Präsentation und der Diskussion dieser erarbeiteten Inhalte und auch der Evaluation des Seminars und einzelner Beiträge. Wie wird eine einzelne Sitzung aufgebaut sein? Das ist eine Idealvorstellung, die mit Sicherheit in den einzelnen Phasen anders aussehen wird. Hier aber im Bereich der Input-Phase und vor allen Dingen der Abschlussphase. Ich schalte es vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Also der Input-Phase hier eins und der Präsentationsphase im gesamtseminaristischen Kontext gesehen über das Semester. Nämlich so, dass es eine Input-Phase gibt, die asynchron erfolgt. Das heißt, über einen Video-Input oder einen Audio-Input. Dann wird es eine große Phase geben, in der man gemeinsam miteinander interagiert. Es wird eine Feedback-Schleife geben und weitere Zeit werde ich benutzen, um Sie zu informieren, tagesaktuell über spezifische Entwicklungen, an der Universität und vor allen Dingen auch, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen über Ihre persönliche Situation und welche Probleme und Herausforderungen Sie speziell sehen im weiteren Verlauf des Semesters oder zur Erbringung von Prüfungsleistungen und so weiter. Also das ist ein typischer Aufbau für eine dieser Phasen am Anfang und am Ende des Semesters. Welche Tools setzen wir dafür ein? Üblicherweise an der TU Dresden. Ich gehe das mal ganz kurz durch. Also Videos werden erstellt via OBS oder Streamlabs OBS. Das, was Sie hier gerade sehen, ist Streamlabs OBS, Veröffentlichung auf dem Videocampus Sachsen oder YouTube. Ich persönlich werde auf YouTube setzen. Die Vertonung von PBTX mit Outer City ist eine weitere probale Möglichkeit oder die Veröffentlichung als Podcast. Auch diese Option werde ich mir offen lassen. Zur Interaktion mit Ihnen setze ich auf Videokonferenzsysteme, die schon genannt waren. BigBlueButton, GoToMeeting oder andere Kolleginnen werden auf Zoom setzen. Dann haben wir in kleinen Gruppen Jitsi und Neotribe, das jetzt Wonder heißt. Darauf freue ich mich sehr. Sie sollten sich darauf auffreuen. Die Messenger Elements, für den ich oder auf dem Matrix-Protokoll, den ich Ihnen vorhin schon ans Herz zu legen versucht habe. Ich hoffe, das war deutlich. Und dann brauchen wir noch Tools für die Kollaboration und das sind an unserer Universität, bieten wir keine Office-Umgebungen an, die kollaborativ funktionieren. Aber man kann mit dem Crip-Pads, mit Etherpads, mit Google Docs und Miro arbeiten. Bei Google Docs und Miro sollte man darauf achten, dass man keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. Aber besonders im Hinblick auf Miro dürfen Sie vieles erwarten. Für die Feedback-Kunden nutze ich Etherpads und Crip-Pads, Microsoft Forms. Auch hier wieder Vorsicht mit den personenbezogenen Daten und das hauseigene oder die Instanz, die von der TG in Dresden zur Verfügung gestellt wird, von InVote und Mentimeter ist wieder ein kommerzieller Dienst. Gleiches gilt dann schlussendlich für die Informationen rund um Ihr Studium. So, also zwei Optionen nochmal. Also hier nochmal die Frage, wie bekommen wir diese Informationen, die wir hier asynchron und synchron vermitteln, zusammen? Und dafür gibt es im Wesentlichen folgende Möglichkeiten. Das heißt, die Veröffentlichung von asynchronen Input auf YouTube. Und das Zweite ist die Frage, wie arbeiten wir im Seminar zusammen? Hier bitte, bitte, bitte noch einmal Matrix mit der mobilen App Element und Jitsi.org. Das sind die Datenschutzkonformen Tools und ebenfalls Datenschutzkonformes Script Pad, das Sie verwenden sollten, um kollaborativ mit anderen zusammenzuarbeiten. Das werden wir sehr häufig in den Seminaren einsetzen. Das nächste, dass man, dass ich gerne ein wenig experimentieren möchte, bedeutet, dass ich mit Ihnen auch mit Wunder und Your Tribe arbeiten werde, gestützt durch den Messenger Element auf dem Matrix-Protokoll und ich möchte gleichzeitig mit Ihnen auch bei Miro arbeiten, um eine gemeinsame Ablage zu haben, um eine gemeinsame Ablage zu haben für die Gedankenentwicklung und vor allen Dingen für die Weiterentwicklung Ihrer Ideen, die Sie dort gemeinsam mit anderen anstellen können. Sie werden hoffentlich begeistert sein von beiden Tools, aber noch einmal, die sind nicht offiziell abgedeckt durch die Datenschutzpolicy der TU Dresden. Das heißt, wir müssen uns hier darauf verständigen, dass wir diesen experimentellen Zugang gemeinsam benutzen. Aber dazu im Verlauf der ersten Seminarwoche mehr. Zu den Prüfungsleistungen. Sie wissen, wenn die Senatsbeschlüsse für das Wintersemester aus dem April heraus verlängert werden, dann haben wir gewisse Flexibilisierungen in den Prüfungsleistungen, die wir sehr gerne nutzen können. Das sind jetzt hier die standardmäßigen Realisierungen von Prüfungsleistungen mit Prüfungsformen, mit denen Sie hier in das Seminar kommen können. Sie sehen, das stuhrt relativ schnell zusammen bei den schriftlichen Prüfungsleistungen auf Rezensionen und Hausarbeiten. Rezensionen im Hinblick auf Monografien und Aussätze, je nachdem, ob Sie mit einer Kurzüberprüfung oder Lektüre bezogen und Aufgabe diesen Kurs besuchen. Und dann gibt es noch Präsentationen, die entweder im Kontext einer kombinierten Arbeit stattfinden können, also als Referat in Hausarbeit oder als Einzelleistung, als Präsentation. Und die erarbeiten Sie im Verlauf des Semesters gemeinsam mit anderen in einer Kleingruppe. Dazu später mehr. Ja, vielleicht ganz kurz. Das ist eigentlich jetzt neben der Bitte um Matrix der wichtigste Hinweis. Bitte besuchen Sie die Seite gls-dresen.de slash Prüfungsinformationen. Dort finden Sie Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten und ganz wichtig, die Einverständniserklärung zu Bild- und Tonaufzeichnungen. Diese füllen Sie bitte vor Semesterbeginn aus und senden mir diese per E-Mail zu mit der Angabe des Kurses, in dem Sie sind. Es reicht hier vorerst eine digitale Unterschrift aus. Können Sie entweder über Adobe oder an einen PDF-Bearbeiter, gerne auch online, als Image einbetten. Und diese müssen Sie mir zurückschicken. Sonst setzen wir uns in der Veranstaltung dem Risiko aus, dass jemand leichtfertig klagt auf die Verletzungen von Bild- und Tonrechten. Wenn wir zum Beispiel Lehrveranstaltungen aufzeichnen oder Präsentationen aufzeichnen und jemand das Konterfeier als Gesicht und Stimme auf diese Aufzeichnung zu hören ist und er diese Einverständniserklärung nicht abgegeben hat. Also umgedreht heißt das, wer diese Einverständniserklärung nicht abgibt, kann sich leider an Diskussionen, die aufgezeichnet werden, nicht beteiligen und wird auch nicht zu sehen sein, weder mit Namen noch mit Bild und oder zu hören sein. Die Details zu Präsentationen, Referaten, das überspringe ich jetzt kurz hier. Diesen Standard, die Hausarbeit oder das schriftliche Arbeiten generell sollten Sie abgeben bis 15.03.2021. Ob es ähnlich großzügige Verlängerungen gibt, wie jetzt nach dem Wintersemester, ist im Moment nicht klar. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Also wir bleiben hier erstmal bei dem 15.03.2021 für alle Seminare. Dann, weil das vorhin in Prüfungsleistungen relativ prominent war zu den Rezensionen, das ist eine Möglichkeit, um kleine Prüfungsleistungen zu erbringen, also Kurzüberprüfung und Lektüre bezogene Aufgaben vor allen Dingen, die sich je im Umfang unterscheiden und die Rezension, die Sie verfassen, sollte sich orientieren an den Standards der Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft. Der Link dazu ist angegeben. Schauen Sie sich gute Beispiele an, um einen Überblick zu bekommen, wie so eine Rezension aussehen könnte. Fragen dazu können Sie jederzeit im Seminar stellen. Und das Entscheidende ist, dass Sie sich hier einüben in die Besprechung von Fachliteratur, die zu dem Thema des jeweiligen Seminars passt. Also entweder Koloniallinguistik oder kognitive Grammatik oder Morphologie. Das ist hier das Entscheidende. Wenn Sie gute Erfahrungen mit dem offenen, kollaborativen Arbeiten machen und prinzipiell damit einverstanden sind, dass man Ihre Prüfungsleistungen veröffentlicht, kann ich Ihnen anbieten, dass wir studentische Arbeiten, also Ihre Arbeiten, auf unserem Blog, also auf diesem Blog der Professur, auf das es schon mehrfach verlinkt worden ist, auf dem Blog Linkdraft. Das ist ein gemeinsam betreutes Blog mit anderen LinguistInnen, bei dem, auf dem wir Werkstattberichte präsentieren. Und dazu gehören die Studentische Arbeiten. Und diese studentischen Arbeiten stellen wir, habe ich zum Beispiel aus dem letzten Seminar ausgestellt. Können Sie sich mal anschauen. Das sind tolle Ergebnisse dabei. Und mir ist es wichtig, dass man Ihre Leistungen öffentlich sichtbar macht und diese auch entsprechend wertschätzt. Und dementsprechend können Präsentationen, Hausarbeiten, Rezensionen, Lehrvideos, also alles das, was Sie selbst als Studierende im Semester leisten, Gegenstand einer solchen Veröffentlichung sein. Wichtig ist aber bitte, dass Sie die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung vorher einreichen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass ich damit zunächst erstmal einige wichtige Fragen klären konnte im Vorlauf zum Wintersemester 2020, 2021. Ich verlinke in der Beschreibung unter diesem Video die Präsentation und vor allem den ein oder anderen Link, der Sie nochmal auf Material entsprechend hinweist. Zusammengefasst noch einmal die Bitte. Bitte, bitte, bitte gehen Sie in die Matrix-Gruppen zum Seminar. Und zum Zweiten machen Sie sich schon mit dem ein oder anderen Tool vertraut, das ich hier erwähnt habe, sodass wir dann gut in das Wintersemester 2020, 2021 starten können. Bis dahin bin ich erst einmal ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Ich freue mich auf die gemeinsamen Seminare mit Ihnen, bin gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Beiträge, Ihre Anregungen und wünsche Ihnen noch schöne Tage bis zum Beginn. des Semesters. In diesem Sinne ganz herzlich und auf bald Ihr Alexander Lasch.